die Uhr Leute was geht ab Schild von der Weiflung kann Leute mit den Streitungen abmacht doch den Fall Schocker die St das ist fein mit und 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 See where he is now. I'll keep an eye on him. When I let one plane take him, just walk right out. See what he's doing now. Hey, keep your eye on him. Off the cursor. Sitterfucker thinks this is a game. See where he is now. What do you see? I don't see him anymore. Where the fuck did he go? I don't know. Look again. He didn't go past us. See where he is now. Ach du Scheiße. Kenny Kenny. We have another weapon to take him. Wir sind. Oh, Lilly! Schön gemacht, Lilly! Danke auch für Köln, was gemacht hat. Wir hätten andere Waffen, wir hätten sich mit dem Sollröfer. Nicht Elektrischschocker. Ja, dann können wir nicht. No! Wir bringen uns um, die scheißkerl. Nein, das will ich nicht essen. Nein, das will ich nicht essen. Mark hat niemals für Essen geholfen. Du musst mich aufhören. Wenn du mich verletzt hast, das Fleisch wird verletzt. Du kannst nicht essen. Du bist schon verletzt. Mach es dann. Ich weiß, du kannst. Ich sehe, 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 du kannst nicht sehen. Ich hätte jetzt nicht gemacht, sondern sie haben zu getan. Ja, also, die weiß, dass es ja wöse war. Gott, nein! Katja! Alles, lass uns gehen! Ich werde auch Clementine schief sein. Sie ist, in der Mitte. oh das wecker das ist ein roter Schrei was macht der denn hier was we aren't screams from the bar what's going on these people are fucking crazy i knew it i told you we couldn't trust them where is everybody what can we do to help you should kkk no yes no yes ha 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 Oh, ich weiß nicht! Und, Danny? Ist das du? Was ist da passiert? Nein, ich will nichts. Wir kennen uns immer. Ich will sie weg, Britta. Bitte, bitte, nicht mehr Schritt. Britta, komm jetzt, du wissen, du willst nicht das machen. Geh weg und lass uns nicht mehr. Stopp da, ich sag das. Wir waren für Wächtig, du bist da. Oh, 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 sie hat es erschossen. Was eine... Oh mein Gott, okay Leute. Okay. Das wird doch nicht so gut sein. Was? Jesus, du bist einfach. Okay, da, da, also, okay, 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 okay. Bitte, bitte, nicht noch einen Schritt. Britta, komm jetzt, du wissen, du willst nicht das machen. Was ist das? Just go away and leave us be. Was ist das so gut? Familie. Stopp right there, I mean it! Think about what you do. It doesn't have to end like this. Wie ist das auf der anderen Seite? Oh mein Gott. Wie ist das da oben? Das mag? Ey, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hätte nicht was zu drücken, ich bin einfach in den Kopf. Okay, nächstes Versuch. Think about what you're doing! It doesn't have to end like this! I'll kill her, Lee! Just let me go! Stay back! Don't do innocent, stupid! Let her go, Brenda! Please, let me do it! I'll do it! Please! Come a little up! I don't want to kill you, Lee! Please, don't make this any worse! Just stop! Come, get into it! I don't want to kill you! I didn't want to kill you! I said don't move, asshole! Don't you fucking hurt him! Kenny! Fuck! Fuck! Kenny! Fuck! Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Ja, auf! Weg euch! Shut the fuck up! You think I'm playing here, boy? All we wanted was gas! We came to you peacefully! Naja, hab', hab configure! I wonder... Somebody, hey, hey,... Have you worked? ... … ... ... So, einliskehle. Oh Gott! Nein! Ich, 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 ich! Hey, hallo! X! Lilly! Lilly! Oh, schön. Schön, schön, Lilly. Mist, Kerl! Links, rechts! Ach, und ich sehe das. Ah, der sieht schön aus. Komm noch! Noch ein! 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 Schöning. Jesus, Lee! Oh! Komm noch! Komm noch! Komm noch! Komm noch! Ist das alles, Lilly? Du bist nicht schade! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Komm noch ein! Komm noch ein! Sie sind beide tot. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Es ist vorbei! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Wollen wir es machen? Wollen wir es machen? Oder... Ich glaube, wir machen ein schönes Ende! Hopp! Komm... Wir höre! Hähu Hu Bronze! Hät ihr ja selbst machen können! da das meinten kann aber wir haben es echt verdient, oder? die ganzen schüssen das war mit dem ort da ist trainer was ein Ort hier ist alles bisher zu echt mega geil aber keinem wurde angeschossen Hey, Lee, I'm sorry for leaving the murder in unattended. I never thought a laser pointer would be the thing that saved our lives. I'm glad you showed up when you did. Well, we gotta stick together. Were they really chopping up people? For food? Yeah, and Clementine ate some. Oh, it's my fault. I panicked and didn't stop her. Were you guys able to salvage anything good from the dairy? Not really. St. John's took everything I had before the place got completely overrun with walkers. Oh, I was able to grab a couple of your things back while Brenda wasn't looking. It doesn't work. You have any use for it, Doug? It's just a basic camcorder. The save lot's cheapy. Let me check it out. See if I can get it working. How are you doing? I'll be fine. I'm just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. What? Is young as I was? For killing Lily's dad? Yeah. I would imagine so. What do you think? I'll be fine. I'll be fine. I'll be ducking on the farm and didn't save Sean. Now I kill someone before I can put your little girl in danger. And I'm even more of a monster. I don't care. You do what you have to do. I'm gonna keep doing what needs to be done. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Hmm, that's one trick. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad, what's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. An auto? Don't shoot. We're here to help. We're here to help. Was ist das für uns? Das Essen könnte uns alle. Nicht alle. Schau, wir wissen nicht, ob diese Leute sterben sind. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir einfach monstern, die aus den Wald kamen und verletzten ihre Leben. Diese Sachen nicht unsere. Dad, wer ist das Auto? Nein, keine Ahnung. Es ist jetzt unsere. Es ist verabschiedet, Ducky, keine Ahnung. Was, wenn es nicht? Was, wenn es nicht verabschiedet wird? Was, wenn es jemanden ist? Wir müssen das nehmen, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Entschuldigung, Liebherr, aber es geht nicht mehr um richtig und falsch. Es geht nicht mehr um zu überleben. Es geht nicht mehr um zu überleben. Well, Clementine, also, in der letzten Zeit ist es echt ungerecht zu Clementine, ne? Also, an mir jetzt, was wir alles sehen müssen. Great. Vielleicht wir werden das überleben, nachher alles. Duck, warum nicht du das nicht? Okay. Okay. Nein, ich will... Supplieren? Natürlich tut das nicht alleine für die Leute. Die... Die... Hier... Es tut mir leid. Aber nicht die Bandits, weh. Wir haben nicht jemanden zu bekommen. Entschuldigung? Ich glaube so. Hier, Clem. Wollen wir ein paar Batterien? Hey, Lee. Wisst ihr das Camcorder? Ich habe es funktioniert. Du möchtest es sehen. Ich warte mal, Linde. Ich bedanke mich. von den Save-Lots. Die call y'all Bandits, but you're fucking RAPER-LOTS! Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them Bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you go. Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's living. You gotta be afraid of. The people I used to call friends. Oh, she was on the other hand. As you said, she was not a Bandit. Don't worry, little girl. And it's got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Why are they shot? Next smile by the walking dead. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get them out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. You're so full of bullshit. I'm the one keeping this group going. We can sort all this out, alright? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Episode 3. The long way. Und da wird das Bein abgabt. Du und 56 Spieler haben ihn sterben lassen. Jolene erschossen. Du und 39 Prozent der Spieler haben sie erschossen. Geholfen Mary zu töten. Du und 50 Prozent der Spieler haben versuchten zu retten. Beide schon. Das ist sowas ausführlich. Ja, also früher umgebracht. Du und 38 Prozent der Spieler haben beide Brüder getötet. Ja, ich finde, die haben es verdient. Aber also, die wollten es auch umbringen, ne? Aber eigentlich hat niemand den Tod verdient, aber naja. Ich nehme es mir aus dem Magen gestohlen. Du und 50 Prozent der Spieler haben sie vorher mitgenommen. Ja, zweimal über die Hälfte. Und zweimal unter der Hälfte und einmal an der Hälfte, ja. Hälfte, Hälfte. Ja. Hälfte, 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 Hälfte. Jolene, Hungar nur Hilfe. Boah, also zwar echt hier mega, 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 geile Episode. Ich muss aber schon von Anfang an, dass sie uns verraten, dass sie irgendwas im Schilde führen. Äh, ja, ne? feine ich fände sogar besser als die erste bis zu behaupten fremd teils irgendwie mag es irgendwie nicht so ein bisschen was wir haben jetzt beide umgebracht hat sie gesehen dass wir jetzt böse sind kann man sagen dann haben wir es noch mitgenommen haben wir diesmal schlechten eindruck gemacht aber wir werden trotzdem um jeden preis beschützen kennig weil wieder episode Oma irgendwie angepisst werden wir kennen die was los mit der ja aber bitte ist er morgen wieder oder es ist morgen wieder bei der neun episode ich bin sehr sehr gespannt bei der neun episode und bis dahin leute bleibt gesund